Salvador da Bahia steht für ein idyllisches, bunt gemischtes Brasilien, in dem gern gefeiert wird. Es ist die drittgrößte Stadt des Landes und vermittelt den Besuchern sowohl ihre afrikanische Kultur als auch ihren europäischen Einfluss. Das Stadtbild prägen Capoeira-Tänzer, unzählige Veranstaltungen und barocke Bauten. Aufgrund der vielen Kirchen wird Salvador das schwarze Rom genannt. Es ist eine der besterhaltenen Kolonialstädte in Amerika. Und manche Rituale haben sich selbst nach Jahrhunderten nicht verändert. Schon im 17. Jahrhundert, als Salvador Hauptstadt war, wurden die Glocken auf diese Weise geläutet. Vom 16. bis zum 18. Jahrhundert war Salvador, noch vor Rio und Brasilia, die Hauptstadt der portugiesischen Kolonie. Diese Blütezeit hat die Gemäuer geprägt und machte Salvador zur Wiege der Mestizenkultur in Brasilien. Unsere Kultur ist reich, sowohl in der Bildung als auch auf der Straße. Die Feierlaune, die Trommeln, diese Freude gehört zu uns. Sie ist das Erbe unserer großen Vergangenheit und lebt im Herzen aller Bayamas. Die Geschichte von Salvador als Hauptstadt beginnt an der Küste vor der Barra-Festung. Als eine portugiesische Flotte an Allerheiligen im Jahr 1501 diesen Küstenabschnitt kartografieren soll, entdeckt sie hier eine gut geschützte Bucht. Zur Erinnerung an den Tag ihrer Entdeckung nennen sie sie Allerheiligenbucht. Zuerst kommen nur wenige Erforscher, um von den Indianern Edelhölzer zu kaufen. Doch bald weckt dieser Handel auch die Begierde der anderen. Angesichts der Bestrebungen der europäischen Mächte in dieser Region, gründet der König von Portugal hier 1549 die Hauptstadt. Damit beginnt Salvadors Geschichte. Die Portugiesen haben sich spontan entschieden, dass der Sitz ihrer Hauptstadt hier sein sollte. Auf dieser Landzunge. Auf beiden Seiten ist Wasser. So entwickelte sich die Stadt von dieser Landzunge aus. Salvador liegt mittig an der brasilianischen Küste. Oben ist viel Land und unten auch. Deshalb war es ein guter Ort für die Hauptstadt. Das Klima war auch geeignet. Der Kontakt nach Europa wurde durch eine Strömung erleichtert, die nach Norden zieht und dann nach rechts abbiegt, Richtung Europa. Jesuiten, Sträflinge, Bauern und Prostituierte bilden die erste Bevölkerung der kleinen Stadt. Die Portugiesen versuchen, die Gegend zu sichern. Und das ist nicht ganz leicht. Das Problem ist, dass wir eine sehr lange Küste haben. Deshalb bauten die Portugiesen zuerst vier Festungen. Sie waren klein wie mittelalterliche Wehrtürme. Einer stand hier. Die ersten Türme dienten vor allem dazu, die Präsenz der Portugiesen anzuzeigen. Denn zur Verteidigung waren sie kaum geeignet. Salvador profitiert von einem riesigen Territorium und beginnt alsbald zu florieren. Denn rund um die Bucht erstreckt sich das Reconcavú. Es ist eine fruchtbare Region mit vielen Wasserläufen, die sich für die Landwirtschaft eignet. Auf den Holzhandel folgt der Anbau von Zuckerrohr. In Cachoeira, am tiefsten Punkt der Allerheiligen Bucht, wird er heute noch betrieben. Damals kamen über anderthalb Millionen Sklaven nach Salvador, um auf den Plantagen im Umland zu arbeiten. Das Dorf Tabuleiro da Vitoria wurde von einer Gruppe ehemaliger Sklaven gegründet. Diese Region ist eine wichtige Verbindung für den Binnenverkehr zwischen dem Landesinneren und der Hauptstadt. Dadurch erlangte Salvador seinen Reichtum. Es gab in der Region also sehr viele Plantagen, viel mehr als heute. Das Zuckerrohr erstreckte sich kilometerweit. Im 16. und 17. Jahrhundert waren unzählige Menschen auf den Zuckerrohrplantagen beschäftigt. Sie schnitten das Rohr, pressten es, stellten Zucker her und wurden ständig überwacht. Die Aufpasser hatten Peitschen und bestraften die Sklaven, wenn diese fliehen wollten oder nicht schnell genug arbeiteten. In jener ersten Zeit, im 16. Jahrhundert, waren es Bantu-Sklaven. Sie kamen aus dem heutigen Angola und Mosambik, den damaligen portugiesischen Kolonien. Sie behielten ihren Glauben, der Candomblé genannt wird. Im Reconcavou, in Cashoeira, gibt es die größte Vielfalt afro-brasilianischer Religionen im ganzen Land. Die Candomblé-Religion, die afrikanische Götter verehrt, wird von der Kolonialregierung und der katholischen Kirche verboten. Um ihren Kult weiterhin ausüben zu können, weisen die Sklaven jeder ihrer Gottheiten einen katholischen Heiligen zu. Heute gibt es im bayernischen Umland tausende Heiligtümer des Candomblé. Überall, wo es Sklaverei gab, gab es auch diese Religion. Die Sklaven brachten ihren Glauben mit. Das gab ihnen die Kraft, all das Leid, die Gräuel und die Grausamkeit zu ertragen. Denn sie wussten, eines Tages würden sie frei sein. Deshalb glaubten sie an ihre Götter, an die Götter des Waldes und des Meeres. Der Glaube gab ihnen Kraft. Die Religion hat ihre eigenen Riten. Die Götter werden mit Gesang- und Trommelrhythmen angerufen. Dann fahren sie in die leibliche Hülle der Gläubigen in Trance. Während die Sklaven sich dank ihrer Riten verbünden, kümmern sich auch die portugiesischen Kolonisten um ihre Spiritualität. Davon zeugt das hochgelegene Viertel Pelorinho von Salvador. Die vielen monumentalen Barockkirchen zeigen, wie wichtig die religiösen Orden waren. In dieser Kolonie von Männern, die freiwillig oder unfreiwillig alles zurückließen, um in dieses ferne Land zu kommen. Der Tod beschäftigte alle. Jede Kirche war dem Kult eines Heiligen geweiht. Die Bruderschaften versprachen katholische Bestattungszeremonien, bei denen die Seele bis zum jüngsten Gericht begleitet und somit gerettet wird. Die Orden konkurrierten miteinander. Deshalb wollte auch jeder die schönste, prächtigste Kirche haben. Im 17. und 18. Jahrhundert scheuen Jesuiten, Dominikaner und Franziskaner keine Kosten und Mühen, um die allerschönsten Kultstätten zu errichten. So entstehen in der Stadt einige der reich verziertesten Barockkirchen der Welt. Ein besonders prachtvolles Beispiel ist die Kirche San Francisco. Diese Kirche zeigt den barocken Stil mit all den überladenen Verzierungen. Nichts blieb damals undekoriert. Es herrschte ein großer ikonografischer Reichtum. Da die meisten Leute Analphabeten waren, mussten die heiligen Texte durch Bilder verständlich gemacht werden. Die Kunst diente auch dazu, neue Anhänger zu werden. Denn es wurden auch Indianer und Schwarzafrikaner missioniert. Ob in der Religion oder im Alltag, in Salvador kann es gar nicht zu schön, zu groß und zu überladen sein. Und genau das macht auch das gewisse Etwas dieses Volkes aus. Man sieht den Barock in Salvador sowohl im Aufbau der Altstadt als auch in der Einstellung der Menschen. Sie neigen zu ausdrucksstarken Bewegungen mit den Armen, reden laut, gestikulieren wild. Der Barock ist Ausdruck von Kreativität und Fantasie. Er steht für diesen Lebensstil von grenzenloser Lebensfreude. Die Konkurrenz des Zuckers von den Antillen und die Entdeckung von Gold im südbrasilianischen Staat Minas Gerais zielen Salvadors Fall nach sich. 1763 verliert die Stadt ihren Status als Hauptstadt. Zwei Jahrhunderte lang werden ihre architektonischen Schätze vernachlässigt, sodass sie nach und nach verfallen. Doch 1985 wird das Viertel Pelorinio zum UNESCO-Welterbe ernannt und von der Regierung restauriert. Die Gebäude haben zu ihrer vergangenen Pracht zurückgefunden, doch die Lebendigkeit des Viertels hat gelitten. In Teilen der Altstadt, die nicht vom Restaurierungsprogramm profitiert haben, führen die Bewohner die Geschichte Salvadors auf ihre Weise fort. In Santo Antonio setzen Künstlergemeinschaften die Gebäude wieder instand, um so die Seele ihres Viertels bewahren zu können. Ich bin Mitglied eines Künstlerkollektivs. Wir erwerben die Gebäude der Altstadt und bauen sie zu Wohnhäusern um. So wie dieses, das lange Leerstand. Das Dach war eingestürzt. Das hat einen Domino-Effekt auf die anderen Häuser, da sie sich gegenseitig stützen. Wir verlieren also nach und nach immer mehr von diesem Erbe. Seit acht Jahren sammle ich Trümmer, die die Bewohner mir bringen. Denn sie wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Zum Beispiel diese Treppe oder diese Steine und Fliesen. Wir basteln diese kleinen Stücke der Altstadt zusammen, machen daraus eine Collage. Diese Fragmente fügen sich in die Geschichte der Stadt ein und lassen sie neu erstrahlen. Salvador wird weiterhin vom Mästizentum verzaubert. Seit über 500 Jahren nimmt die Stadt Entdeckungen, Tragödien und Freuden all jener auf, die sie betreten. Sie verlor vielleicht ihren Status, doch von ihrer Stattlichkeit hat sie nie etwas eingebüßt. Salvador ist und bleibt die Wiege der brasilianischen Kultur.